Ist es möglich, von einer zufälligen Wikipedia-Seite nur durchs Klicken der Links zu meinem Wunschartikel zu kommen? Wie soll ich von einer römisch-katholischen Kuratie-Kirche zu einem Videospielcharakter kommen? Hier müssen wir uns einfach erstmal durchklicken, bis was halbwegs Anständiges kommt, das in Verbindung zu Yoshi sein könnte. Aha! Altgriechisch kann uns zu Sprachen führen und da finden wir bestimmt auch Japanisch. Oh, okay, das sieht nicht so prickelnd aus. Ich hab versucht, in Richtung Technik zu gehen, da Japan dafür bekannt ist. Weg mit dem Schnickschnack, rüber zu den Computerherstellern und hallo Toshiba aus Japan. Die Challenge schien sich also dem Ende zuzuneigen, aber ich konnte es nicht fassen, dass ich weder zu Nintendo Stores, noch zu Nintendo World oder generell irgendwie zu Nintendo gekommen bin. Wie zum Henker bin ich bei den Olympischen Spielen gelandet. Paarecken später waren wir bei Stephen Hawking, den Simpsons und irgendwann beim Thema Fortschritt und diesmal statt Computer direkt bei den Anwendungen. Ja, Mobilgeräte und Apps werden auch mit Spielen überflutet, come on! Wir sind hier was Großem auf der Spur. Wir haben die Videospiele, ja! Auf zu den Konsolen, denn da haben wir einen besseren Überblick. Und hallo, Nintendo! Mario ist natürlich genauso offensichtlich, wie der Fakt, dass du abonnieren solltest. Come on, hier muss doch irgendwo Yoshi im Titel stehen. Oh, guck mal da unten! Ja, Yoshi, wo bist du? Let's go!